Wo sind wir hier? Im Fort A. Und ich habe hier das Fort A-Abenteuer gemacht. Ich habe hier teilgenommen an zwei Workshops an zwei verschiedenen Tagen. Einmal haben wir Akrobatik, etwas darüber gelernt und einmal Parcours. Und der Tag ist auch gut aufgeteilt, weil wir haben erst Lesen, dann hatten wir unsere Gruppe. Wir hatten jeweils zwei Sportanheiten pro Tag. Dann hatten wir noch Essen und dann hatten wir wieder Lesen im Sport und Lesen. Akrobatik und Jonglieren hat auch voll Spaß gemacht, weil man hat halt auch an einem Tag gelernt, wie man jongliert. Und auch vieles bei Akrobatik, zum Beispiel Kopfstand. Mein Highlight war auf alle Fälle das Jonglieren. Dass wir hier jonglieren konnten, weil da habe ich wirklich was gelernt. Gestern hatte ich die Parcours-Gruppe und in der Parcours-Gruppe konnten wir eine Wand hochklettern und über Kästen sprechen. Also mir hat der Parcours gut gefallen, weil wir da auch auf Fenster geklettert sind und durch Fenster geklettert sind und auch an der Mauer hochgeklettert und runtergeklettert. Eine Wand hochklettert mit einem Seil mit Hilfe und ich fand es auch gut, dass wir dann auch Hilfestellungen bei manchen Sachen gekriegt haben. Dass wir auch über diese Dinger gesprungen sind, über die Kästen und das Lesen. Hier werden immer Geschichten vorgelesen zu dem Thema, was wir gerade haben. Mir hat gut das Lesen gefallen, wie wir jeden Tag eine andere Geschichte gehört haben. Ich bin Angelika und habe hier beim Fort A den Parcours-Kurs gemacht mit Julian Sträter zusammen. Die Kinder haben echt gut mitgemacht und waren auch von den Grundlagen her ziemlich weit eigentlich schon. Hat mich echt überrascht. Also da gab es jetzt eigentlich keinen, der irgendwie groß abfiel. Und an sich, die haben sich neue Sachen getraut, neue Sachen gelernt. Hat echt Spaß gemacht dazu zu sehen. Man hat echt gesehen, wie die Kinder sich von Zeit zu Zeit entwickelt haben und auch wie sie den Ehrgeiz entwickelt haben. Und wir kriegen hier auch Mittagessen, was ich sehr gut finde, umsonst. Und man muss nichts dafür bezahlen. Ja, und es macht sehr viel Spaß. Uns hat alles gut gefallen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020